Hallo liebe Kinder, da seid ihr wieder. Wir sind auch wieder dabei. Heute ist das zweite Türchen und morgens, wenn der Weihnachtsmann aufgestanden ist, danach geht er ins Bad und wäscht sich. Wir haben für euch heute die passende Übung, das sind die Hockstrecksprünge. Macht mit uns zusammen und Armen hochhalte, runter in die Hocke und hoch und hoch. Wir gehen in die Hocke und springen hoch und nochmal in die Hocke und hoch. Noch zwei. Super! Findet ihr auch, dass das Jolienchen und der Wolfi das gut gemacht haben? Ihr könnt so viele Wiederholungen wie möglich machen, umso besser wird der Weihnachtsmann fit. Das war schon der zweite Tag und morgen sehen wir uns wieder. Tschüss, macht's gut!